so hallo leute jetzt habe ich mir mal was gegönnt was ein unikat ist was keiner noch auf dieser welt hat vielleicht etwas in ähnlicher form gibt es noch zwei andere und ja lasst uns mal schauen was es ist also ich bin gespannt darauf wie es aussehen wird und ja das passt bestimmt super in meinem beiden zimmer also auf geht es in den karton hinein so wie geht es da ist schon mal jetzt ja viel styropor zu sehen erst mal raus was wir hier mal drin haben dann wollen wir doch mal gucken was das ist hier kommt er schon raus etwas abmachen sehr schön so schaut mal einen ganz speziellen bayern zwerg hier steht drauf da muss man mal bisschen sauber machen entschuldigung da steht drauf dfl super cup meisterschaft dfb pokal champions league oefa super cup fifa club weltmeisterschaft also hier legen wir jetzt erst mal zur seite über all dieser schnee dann schauen wir mal was hier noch drin ist sieht sehr gut aus leute sehr schön sehr 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 schön ihr seid gespannt genauso wie ich ruhig fallen lassen mich das ist ein ja mir ist an alles 20 21 so was tun wir auch macht zur seite und dann schauen wir mal was in dem anderen paket drin ist so wieder aufschneiden ich bin gespannt ich weiß ja was drin ist aber ihr noch nicht so richtig schnell also das ist dann wollen wir mal schauen soll ich das mal herunter stellen so so stürpür 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 da kann man herweg machen so tun wir mal hier den tisch frei machen sehr schön die bayern überall dabei so gucken wir mal in den karton was hier sich noch alles versteckt so müll 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 wow die deutsche meisterschale super den dfb pokal super cup der deutsche super cup und was ist hier drinne fifa club wm ja das ist doch das sind doch alle sechs pokale die die bayern geholt haben jetzt bauen wir das mal alles zusammen also das bodest sooo das bodest wo ist dann der zwerg hier ist der zwerg hier ist der zwerg hier ist der zwerg hier sind die pokale hier ist die meisterschaft champions league dfb pokal super cup super leute und jetzt schaut es euch an ist das nicht super ist das nicht super wow ein unikat für mein bayern zimmer her